Die beste Dolby Atmos Soundbar ist die, das sind die besten drei Soundbars, mit denen du dir Dolby Atmos ins Wohnzimmer holen kannst. Auf Platz 3 ist die Sony HTA 9. Ja, ich weiß, eigentlich keine echte Soundbar. Die vier einzelnen Speaker mit Subwoofer erzeugen wirklich einen beeindruckenden Raumklang und lassen sich sogar relativ flexibel aufstellen. Auf Platz 2 ist die Sonos Arc, aber natürlich nur, wenn man auch noch einen Subwoofer und zwei One Rear Speaker mit ihr verbindet. Dann hat man nicht nur einen vollen Raumklang, sondern natürlich auch alle Sonos Features, also die Multiroom-Lösung, die Sprachassistenten und über 100 Streaming-Dienste. Die beste Dolby Atmos Soundbar ist die Samsung HWQ995B. Die kommt direkt mit zwei Rear Speaker und einem externen Subwoofer und liefert wirklich den besten dreidimensionalen Surround Sound, den du aus einer Soundbar gerade überhaupt bekommen kannst.